Wagner-Chef Pregorschin hat am Wochenende den Aufstand gegen Moskau geprobt. Nun muss er büßen. Oder doch nicht? Schnell kamen Zweifel an der Echtheit des Putschversuches auf. Journalisten und Experten sprachen von einer möglichen Inszenierung, einem Schachzug Russlands, um Wagner-Truppen für einen Angriff auf die Ukraine in Belarus zu stationieren. Focus Online-Russland-Experte Gerhard Mangott räumt mit dieser Theorie auf. Ich halte von der Theorie einer Inszenierung nichts. Wenn es die Absicht der russischen Führung sein sollte, von Norden aus noch einmal die Ukraine anzugreifen, also von belarussischem Territorium aus, dann wäre es ganz einfach gewesen, die Wagner-Soldaten dorthin zu transportieren, ganz offiziell unter den nachrichtendienstlichen Augen des Westens. Aber sie so jetzt hinzubringen und dabei eine eklatante Beschädigung der Autorität von Wladimir Putin zu riskieren, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Denn Putin ist aus dieser Auseinandersetzung sicherlich geschwächt hervorgegangen. Er ist angeschlagen, wenn auch noch nicht angezählt. Er ist angeschlagen, wenn auch noch nicht angezählt.